Willkommen zurück zu Super Mario 3D World hier mit dem Basti, der übrigens auch Let's Pace macht, wenn ihr folgt, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Link findet ihr in meiner Kanalübersicht ganz unten, wenn ihr runterscrollt. So, im letzten Part hat der Basti mal gezeigt, wie er es nicht macht und genauso sehe ich auch und jetzt haben wir gesagt, gut, machen wir es mal besser. First Try, jetzt. Schwere Sternengeschütz, first try. Genau, schwere. First Try. Oh. Oh, shit. So, pass auf. Ich weiß. Deswegen habe ich auf dich gewartet. Okay. Dann können wir weiter. Ja. Das war alles alleine machen wir. Nein! Das heißt Ding, Alter. Okay. Hey, schnell weiterkommen. Checkpoint, 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 checkpoint! Oder irgendwas. Das heißt Ding, ich hatte die Dinge raus. Wow. Wir haben jetzt schon den Stempel, ne? Aber mehr noch nicht. Halt, warte, da ist was. Verlier bloß nicht deine Kanone. Müssen wir jetzt echt da so hoch? Nee, ne? Ja, doch. Mein Nintendo nicht ernst, oder? Ah, shit. Nein, nein. Oh, viel. Ich wollte nur mal ganz kurz anmerken, mich hat's erwischt. Boah, das heißt so. Wo kann man dann unmöglich nach oben kommen? Nein! Mann, ich war oben. Nein! 2, 3. Ja, na schon. Und da brauchen wir die Kanone. Oder da. Ja, da ist das Stern. Siehst du? Leuchtet. Ja, ja. Also, beide sind da leicht grün beleuchtet. Ja? Ja. Ah, shit. Ja, das ist das. Und da, ja. Ja, ja. Do you want Pixel Luigi's? Okay. Aber Stern Nummer 2 haben wir. Ja. Danke. Hast dich jetzt repongiert, ne? Ja, genau. Doch, einmal? Nein. Bleib da... Bleib da da drüben. Warte. Ich hoffe, das war richtig. Tschüss. Kann der da runterrollen? Ja, kann auch. Aber sollst du nicht. Das war genial. Ahem. Jetzt weiß ich, wofür die Blöcke sind. Okay, gut. Also ich finde, das war einfach genial. Aber wir haben den Stern. So, den müssen wir jetzt nicht umschießen. Nein. Jetzt. Geht irgendwas? Leben. Ja, davon abgesehen. Ähm. Ja, wir müssen den Schalter betätigen. Das ist echt doof, dass du ihn nicht drehen kannst im Multiplayer. Ja, leider. Ich wollte nochmal den Anfang machen. Ja, wie so ein Stern verpasst, ne? Von daher. Genau, also das war alles bewusst. Wow. Ey, löst du hier, Alter? Du bist so dumm. Ja. Du bist so dumm. Ja. 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 Oh, nein. Nein! Wow. Mal. Mal, das geht so. Boah. Okay. Also, ich möchte sagen, das war natürlich alles immer noch komplett im vollen Bewusstsein unserer geistigen Gegenwart. Hol ich mal den Stempel. Ich glaube, da war der Stempel, ne? Wir haben den Stempel schon. Achso, der stimmt. Der Ding ist doch fast so da hochkommen, ey. Na, komm. Nein. Ach, halt. Ich brauche mal eine kleine Kanone, ne? Ja, das ist die letzte, glaube ich, ne? War hier noch eine? Ich glaube nicht. Nee. Warte mal. Wäre es nicht sinnvoll? Warte mal. Kannst du nicht... Wenn du hochspringst, das versuchst, und ich dann schlussendlich mich hochblase, klingt auch falsch, ne? Ich wollte nicht klauen. Du musst einfach nur an der Stelle gedrückt halten. Dann sollte das gehen. Genau. Yes. Okay, Sekunde. Ich baller sie weg. War was auf der anderen Seite? Leben? Vielleicht war es auf der anderen Seite. Kann natürlich sein. Ich werde meine brauchen. Ja, meine Münzen. Und ein Leben. Und wir haben null Münzen. Genau. Das ist ja genau die Mannes. Nee, die Mannes ist nicht dabei. Okay, hier sind wir safe. Okay. Oh, wir haben's, wir haben's, wir haben's, wir haben's. Hier sind sowas von... Noch nicht safe durch, aber wir sind sowas von gut. Okay. Nein, 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 nein. Mord brüch. Okay. Okay, jetzt erst mal zurück und dann müssen wir umschalten. Ja. 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 Das ist gut. Zwei haben richtig gut getroffen, würde ich mal sagen. Ja. Nein. 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 Verrück, 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 verrück. Okay. Warum können wir den nicht loswerden? Das gibt's nicht. Ich erwisch's nicht. Danke. Boah, war's mal hier. Nein. Das gibt's nicht. Zeit läuft. Das gibt's nicht. Oh ja, okay, gut, weiter, komm. Ja, weiter, komm. Ja, das ist schon. Schnell, schnell. Ziel müsste jetzt kommen. Okay. Yes. Oh Gott. Oh. Was für ein Stress, Leute. Puh. Was für ein Stress. Nee. Ja. Ja, eine Spezialwelt wird zu einer Bonuswelt. Denn wer dachte, dass es vorbei ist? Ah, ah, ah. Ah. Ah, nacht über den Kullerhügeln. Was, 30 Sekunden? Ja, 30 Sekunden. 30 Sekunden, ja. Nein, achso, hier gibt's nix, okay. Lass dich ruhig erwischen. Ja, der kommt in der, Alter. Einen Stern hab ich. Dann mach sie platt. Und den da. Oh, knapp. Stern Nummer 1, okay. 36 Sekunden. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Erstmal rein da. Oh, ja. Ja. Oh, ja. Na toll. Verdammt. Ich geh jetzt nicht zurück. Nein, 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 nein. Autsch. Verdammt. Ich muss gerade sagen, wahrscheinlich ist der unten, aber nein, ist er nicht. Wo ist der Stempel? Oder gibt's hier auch keinen Stempel? Weiß ich nicht, flieg rüber. Geschafft. Ich weiß nicht, ob's hier einen Stempel gab. Ich hoffe ja mal. Aber wo ist der zweite Stern? Wahrscheinlich oben lang. Gute Frage. Gab's jetzt hier einen Stern oder nicht? Stempel. Nein, es gab keinen Stempel. Ah, okay. Ach gut. Aber jetzt müssen wir den zweiten suchen. Warum bin ich denn jetzt die Hässliche? Ach, zu dir. Ah. Kama. Nein! Da wollte ich. Ich würde sagen, oben lang. Da hoch. Gut, schön. Ich gehe unten lang. Ich um. Ja, hier drauf. Warum? Was ist das denn? Oh, Mann. Nintendo. Bleibst du? Nein. Ja, ich dachte, ich dance da noch so ein bisschen rum. Ja, shaking. Shake, shaking. Oh, Mann. Aber stimmt, war da nicht was, dass irgendwie Stempel jetzt fehlten, die man vorher anders sich holen konnte? Irgendwas war da, glaube ich. Äh, ne, warte. Das war, äh, Minus. Oh. Nein, na. Ne, hier gibt's keine Stempel. Aber guck mal, wie viel noch fehlen. Einer. Einer, das ist klar. Äh, da fehlt uns die Flagge. Oh, verdammt. Ja. Einer, 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 einer. Einer? Ja, nur der eine. Ja, hier fehlt auch noch die Flagge. Katze. Ein Stempel. Und so viel ist es nicht mehr, ihr seht es ja. Ah, oh mein Gott, ne. Ne, ne. Oh Mann, ich weiß gar nicht, welches jetzt schlimmer ist. Oh. Komm, einen machen wir jetzt noch. Halt, warte mal. Ich glaub, hier war am Anfang immer einer. Ja. Räumchen hoch. Äh. 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 Toll, danke, dass du den eingesammelt hast für mich. Gerne. Nein. Karma schlägt gerne wieder zurück, ne. Ah, da ist ein Stern. Spike, ich hasse dich. Äh. 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 Oh Gott. Ich weiß. Aber, fasziniert ist da drinnen ein Stern. Genau Ah, stimmt Ein paar Münzen sammeln Okay, reicht jetzt Aber die Münzen Die sind so wertvoll Halt, warte Toll Ja, überall ums schwache Blöcke Komm mir vor, wie bei schlecht gemachten Nutzerleveln Danke Ja Ein bisschen ungünstig jetzt gerade mit dem Flug Nein Nein, 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 nein Okay Ich lass dich das mal Na, super Ich wollte gerade sagen, ich lass dich das mal machen Na, super Oh oh Nicht zu weit springen Hauptsache eine Katze Das ist das, was zählt Basti wird im nächsten Mario 3D World dann Synchronsprecher für die Katze Wenn ihr das auch seht Schreibt gerne dazu mal einen Kommentar In die Kommentare Und dann sag ich danke Bis zum nächsten Mal Danke auch an den Basti Und ich bin euer Trohaut rein Tschüss Tschüss Tschüss